Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon, unserer süßen Sky, unseren Wawas Rusty und Mimi. Und im letzten Part haben wir uns zum ersten Mal ein bisschen Jericho genähert und waren zum ersten Mal in der Schule mit der süßen Moon. Und ich würde gerne einmal schauen, wie schaut es denn aus? Haben die Leute gut reagiert? Die Leute feiern den Post Hardcore. Das finde ich sehr gut. Manche finden es peinlich, aber manche freuen sich auch. Das ist süß. Aber ich glaube, wir haben noch keine Romantik-Leiste. Aber wir sind auf jeden Fall schon näher an ihm dran. Das ist doch schon mal geil. So, wir generieren natürlich jetzt erstmal direkt. Und das ist die 106. Besteige den Berg von Mount Comorabi. Das ist ein bisschen schlechter als Vampir, möchte ich mal so sagen. Aber I guess, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich überlege jetzt, ob wir uns dann Urlaub nehmen dafür. Also eigentlich wäre das ja schon fast am schlauesten, oder? Und dann können wir halt nachts gehen. Ach komm, wir machen Urlaub. Ich finde, das haben wir uns jetzt auch mal verdient. Wenn wir beschlau sind, die Hunde mitzunehmen, ich glaube, die können dann nicht so viel machen. Deswegen werden die einfach dann betreut, sag ich mal. Mount Comorabi. So. Dann gehen wir am besten auch hier oben irgendwo hin. Wir nehmen mal dieses hier. Und dann bleiben wir auf jeden Fall zwei Tage. Damit wir auf jeden Fall nachts gehen können. Ich hoffe, dass man nachts auch den Berg besteigen kann. Das wäre cool. Weil sonst ist das ein bisschen schlecht mit uns hier. Sie geht so einen Tag zur Highschool, hat dann erstmal Urlaub. Man kennt. Ein Tearsitter wird sich während deines Urlaubs um Rusty und Mimi kümmern. Yay! Die Geburtstage haben sich jetzt doch wieder schon verschnellert. Ähm. Also verändert. Das heißt, sie hat Samstag Geburtstag. Ups. Also, weil es gab anscheinend ein Update. Für dieses Problem mit den Tagen. Das heißt, wir sind jetzt die ganze Zeit im Urlaub. Außer Freitag. Egal. Ich weiß gar nicht, wie man das genau machen muss. Nach oben fahren? Wahrscheinlich geht das dann so. Aber ich kann sie halt nicht einfach so da lassen. Das funktioniert auf keinen Fall. Oh. Wir haben ganz viele Raketen und sowas bekommen. Ich lasse die beiden jetzt einfach auch mal ein Foto zusammen machen. Ach süß. Die sind hier drin barfuß. Oh. Ich möchte, dass ihr ein Foto zusammen macht. Jetzt machen wir ein Foto im Badezimmer oder was? Naja. Will ich jetzt nicht unbedingt tun. Aber ist okay. Ja, das ist doch süß. Das finde ich toll. Sie macht jetzt selber auch nochmal Fotos oder was? Ne. Das ist komplett verglitscht. Wir lassen das lieber. So. Ich verkaufe alle Doppelten. Behalte dann nur eins. Weil ich finde, das muss immer nicht sein, dass man zehnmal dasselbe Foto hat. Vielleicht können die beiden ja mal ein bisschen Schach spielen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon ein bisschen verbrennen würden. Aber wenn nicht, dann sollt ihr spielen. Weil dann könnt ihr wenigstens Zeit miteinander verbringen. Und das mit dem Schachdingsen bringt euch ja auch was. Sky wird angerufen. Du wirst es nicht glauben, aber Erwin Priest ist ja so ein Schnuckelchen. Süß. Ich will mal kurz experimentieren. Wenn sie jetzt hier in die Sonne geht, ja so ganz offiziell, verliert sie dann Energie? Weil wenn nicht, dann können wir ja auch schon jetzt gehen. Oh ja, tut sie. Das sinkt jetzt schon. Nein, 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 nein. Geh rein. Geh rein. Sie wünscht eh ein Nickerchen zu machen. Also kann sie das ja auch tun. Dafür ist Urlaub ja da. Ich glaube, Baron findet uns nicht so geil. Er möchte unsere Sachen zerstören. Ich fände es auch ein bisschen wild, dass sie hier diese Strandleben-Dings bekommen hat. Weil, als ob wir mit ihr irgendwann da hingehen werden. Also maximal, wenn wir irgendwann uns hier Sonnenresistenz leisten können. Das kommt erst auf Level 4. Und dann gibt es da noch irgendwie drei Dings. Also das ist ja schon ein bisschen crazy. Drei Stufen, meinte ich übrigens. Sie platziert schon wieder einen Toilettenstreich. Na toll. Blumenbindenfähigkeit. Okay. Schneid erstmal ein Bonsai. Ist kein Problem. Debattieren üben? Was ist mit ihr? Sie hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Die könnte sie vielleicht auch machen. Wenn sie gerade so Bock auf debattieren hat, kann sie ja einen überzeugenden Aufsatz schreiben. Und sie möchte ihr helfen bei der Hausaufgaben. Wie süß. Such a good mom. Und dann, weil sie jemanden auch, also sie wünscht sich jemanden anzurufen, dann kann sie ja einfach mal Jericho anrufen. Zu gemeinsam Urlaub einladen. Wie süß. Das habe ich noch nie gesehen. Jericho und Moon sind ja eben gute Freunde geworden. Wahrscheinlich hat der was auf Sozialhase gepostet. Aber ich gerade so, hä? Moon kann Bücher jetzt schneller lesen. Das ist doch cool. Moon muss trotzdem zum Schach gehen, auch wenn Urlaub ist. Also kann sie gerne tun. Aber ist schon ein bisschen wild. Bowie sagt, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Gladiola angefreundet hast. Die ist ziemlich cool. Ja, finden wir auch. Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Ich will sagen, glaube ich, in der Schule lernst du wichtige Dinge. Weil dieses, du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein, weiß ich nicht, ob Sky das unbedingt so sieht. Aber ja, dass man wichtige Dinge lernt, ist ja vielleicht schon ein ganz okayer Tipp, würde ich sagen. Also sie geht auf jeden Fall nicht automatisch zum Schachtteam. Dann lasse ich es auch sein. Aber hat sich dann richtig gelogen alles. Das hat dann für unser Karriere-Tag ja gar nicht statt. Schade. Naja. Kurze Lebensdauer, da kann man halt nicht immer alles haben, ne? Wenn man da auch mal Urlaub machen will mit seiner Family, dann ist das halt einfach so. Wie die jetzt die ganze Zeit ihr Kaffee trinken, was ist da los? Ich meine tatsächlich, oh, Lohm-Tee. Genau. Ab wann schadet uns die Sonne nicht mehr? 19 Uhr? 20 Uhr? Schafft man das in der Zeit da hoch überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Kann man nachts überhaupt da hoch? Ich würde es mir wünschen, weil sonst können wir das halt nicht abschließen tatsächlich. Weil wir sonst einfach elendig verrecken würden. Oh, sie möchte einen Sim einladen. Süß. Aber, ja. Ich fände es ein bisschen weird, wenn wir jetzt irgendwie wen zum Urlaub einladen noch. Aber sie hat ihr Buch dabei. Das finde ich richtig gut. Weil dann kann sie das auf jeden Fall lesen. Wieso reicht die Verantwortung von Moon auf einmal nicht mehr aus? Aber wenn sie Freitag dann ja wieder zur Schule geht, kann sie auf jeden Fall schon mal für Prüfungen planen. Planen. Lernen, wollte ich sagen. Aber wir wollen ja auf jeden Fall bestehen dann wenigstens, ne? Skat gelesen, dass Graf Ladislas Straut der Erste einzig überlebender Siedler war, die vor Gott und Hollow ursprünglich entdeckten. Okay, versuch mal. Wird man jetzt noch... Verliert man jetzt noch Dings? Also Energie? Weil sonst könnten wir ja starten. Ja, sie verliert noch was. Das ist nicht gut. Was ist denn bei 20 Uhr? Geht's jetzt? Ich will doch nur jetzt hier das abschließen. Ja, das sieht gut aus. Ne, doch nicht. Sie verliert immer noch was. Wo ist denn Sonne? Ich sehe keine Sonne hier. Ja, ganz ehrlich, um 21 Uhr gehen wir dann einfach, weil wir können jetzt hier auch nicht fünf Jahre sitzen. Nach oben fahren mit May. Ne, mit Sky bitte. Einfach mit der Direktoren, lol. Warum ist die überhaupt hier? Aber die verlieren jetzt auch nichts mehr. Also von daher ist doch alles tippitoppi. Heute sind Moon Dinge passiert, die sie auf Sozialhase posten kann. Buchrezension posten. Wer hätte gedacht, dass ein Buch über Lamas Juwel und eine Vorliebe für Sprungchen so spannend sein könnte. Weiß ich jetzt nicht, ob du das so gelesen hast, aber ja. Hier kann man runter snowboarden. Kletterwandbedingungen prüfen. Oh, wie langsam die hier hingehen. Süß. Meint ihr, ihr kommt hier hoch? Deine Kletterfähigkeit ist zu gering, um hier zu klettern. Gibt es eine Alternative? Ich glaube nämlich nicht. Wie erhöht man denn seine Kletterfähigkeit? Google. Also die sind auf jeden Fall zu hoch. Ich finde hier nichts. Das ist voll blöd. Hier. Aha. Ich habe auch gelesen, dass wir erst so eine Ausrüstung kaufen müssen. Kurz mal enable free build aktiviert hier. Aber wir brauchen dafür einen PC. Aber ich habe keinen PC hier. Abenteuerausrüstung. Aha. Jetzt wird hier alles ein bisschen unbeständig, aber das ist okay. Ich glaube nicht, dass wir ganz oben auf den Berg kommen in diesem Part, wenn ich ehrlich bin. Kletterausrüstung anziehen. Und dann gehen wir jetzt zu der kleinen Kletterwand auf jeden Fall. Klettertourtraining. Oh. Sky wird besessen. Toll. Dann muss Moon das wohl alleine machen. Das hat sich jetzt mal gemault. Okay, auf geht's. Kletterfähigkeit erworben. Steinwände sind keine Hindernisse mehr, sondern spaßige Herausforderungen, die bewältigt werden wollen. Dank ihrer neuen Fähigkeit im Klettern kann Moon kleinen Kletterwände hinauf und darunter klettern und Kletterausrüstung an- und ablegen. Sie mag klettern, süß. Ich glaube, weiter kommen wir jetzt auch nicht. Also, weil Kletterwände kann man, also diese hohen Kletterwände kann man erst voll spät schaffen. Also irgendwie erst mit Level 6 oder so. Und überlegt mal, bei dieser kleinen Klettertour hat sie jetzt so ein Drittel oder so von Level 1 geschafft. Also I'm sorry, aber ich glaube, das schaffen wir halt nicht mehr. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie 10 Parts dran zu sitzen gefühlt. Aber hey, wir sind zumindest nach Mancombe-Raby und haben halt, wer zumindest versucht zu erklimmen, I guess. Bevor es jetzt hell wird, müssen wir auch mal ganz schnell wieder nach Hause. Weil wir wollen hier nicht verbrennen. Ich habe da keine Lust drauf. Ich würde jetzt auch noch ein paar Minuten spielen, aber ich würde dafür nochmal neu generieren. Es ist die 122. Ich hoffe, es ist was Kleines. Du bist nun ein Newcomer. Das kann ich mir aber eher bei Sky tatsächlich vorstellen, als bei Moon. Und deswegen werde ich das bei Sky aktivieren. Weil die hat ja auch Videos produziert. Zwei. Ganze. Und ich meine, sie ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes, sage ich mal. Aber das kann ich ihr auf jeden Fall erscheinen. In dem Leben nehmen. Nee, ich glaube nicht. Packcheats. Öffentliches Ansehen. Promi-Level erhöhen. Die haben das ein bisschen besser sortiert. Wie schön. Ja, sie ist jetzt Newcomer. Toll, oder? Auch süß. Und sie ist voll stolz auf sich, dass sie das gemeistert hat soweit. Vielleicht können wir das ja irgendwann trotzdem nochmal machen. Ich finde es schade, dass diese Plasma-Beutel nur so wenig Energie dann jedes Mal geben. Also Durst löschen. Aber man konnte die auch irgendwie besser machen oder so. Keine Ahnung. Nee, ihr Lieben. Ihr geht hier nicht raus und macht irgendwas. Ich möchte nicht, dass ihr sterbt. Danke. Wie wäre es, wenn wir Jericho eine Nachricht schicken? Eine kokette Nachricht. So einfach so, dass man sich so jeden Tag meldet. Und trotzdem, dass man heiße, aber trotzdem so sich gern hat, dies, das. Ich würde gerne einen Kissenstach mit dir machen, Jericho. Wie wäre es? Oh. Das ist ja auch gar nicht so flirty. Also von daher. Oh, er müsste sogar jetzt so ziemlich schon zum Erwachsenen werden. Er hängt nämlich gerade im Teenager-Alter fest. Weil er ist jetzt im Neunten von acht Tagen. Das funktioniert so nicht. Das heißt, er müsste eigentlich dann sogar die Schule theoretisch schneller abschließen als wir. Oder die werden dann alle gleichzeitig, weil wir zusammen zum Abschlussball gehen wollten, wenn der stattfindet. Weil bei manchen funktioniert das immer noch nicht so hundertprozentig, dass das dann immer noch so glitscht. I don't know. Wir werden sehen. Ultimative Vampir-Heiltrank. Sky hat das ultimative Vampir-Geheimnis entschuldigt die Heilung von Vampirismus. Sie kann jetzt den ultimative Vampir-Heiltrank an der Bar zubereiten. Es gibt nichts mehr, was Sky noch über Vampire lernen könnte. Ja, jetzt ist halt die Frage. Wollen wir sie früher oder später heilen? Also beide oder vielleicht einen vor beiden? Oder leben wir damit? Weil ich kann mich da irgendwie jetzt nicht so ganz entscheiden, weil ich finde halt beides irgendwie cool. Aber früher oder später müssen wir auf jeden Fall, spätestens, ab der nächsten Generation möchte ich einfach keinen Vampir mehr haben. Weil ich finde es halt irgendwie, wenn dann halt immer zehn Generationen lang immer noch die ganz alten Leute da existieren. Also klar, es sind Vampire, obviously leben die dann noch. Aber ich habe dann teilweise auch schon damit gehadert, ob ich die dann nicht, also dass ich nicht ein Rad drehe, ob die dann teilweise dann aus Versehen in der Sonne sterben oder sowas. Aber auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt halt dann mal schauen, wie wir das dann machen, ob wir die dann irgendwann vom Vampirismus heilen oder ob wir die dann so sein lassen. Also ihr könnt auf jeden Fall eure Gedanken in den Kommentaren da lassen. Ich werde es auf jeden Fall berücksichtigen, ob ihr lieber wollen würdet, dass wir Vampire haben und dass wir die dann vielleicht irgendwann eine 1 zu 3 Chance oder so haben, dass sie dann irgendwann versterben oder ob wir dann sagen, dass wir sie vom Vampirismus heilen. Weil da müsste es ja eigentlich schon ziemlich schnell passieren, weil sonst ist Skye irgendwann ja auch jünger als nun. Und vielleicht wollen wir auch nur einen heilen oder beide heilen oder keine Ahnung. Also ihr müsst nur eure Gedanken dazu auf jeden Fall schreiben. Ansonsten würde ich halt, glaube ich, sogar, ja, dass ich halt einfach nochmal einen Rat erfinde, wo dann irgendwie steht, ja, einer wird geheilt, zwei werden geheilt, also beide werden geheilt, oder einer von, also dass Sky dann halt früher oder später dann halt einfach aus Versehen in der Sonne stirbt. Und so war es halt, ne, also das ist halt nach und nach, dass wir halt dann trotzdem nicht dieses Problem haben, dass Sky zum Beispiel dann noch lebt in Generation 10, weil das fände ich halt irgendwie komisch. Ich würde dann jetzt aber, glaube ich, auch hier den Part beenden so langsam, der dich hat es eigentlich ziemlich eilig. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr schön hier in Mount Comoravie. Wir sind dann ja im nächsten Part noch ein paar Minuten hier, ich bin schon sehr gespannt. Und ich denke, wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss!